Na Kinder, wie seh ich aus? Die Schwerkraft fordert ihren Tribut. Sieh mich an, ich war mal eine große kurvenreiche Blondine mit einem Po aus Granit. Vier Ladies, die beweisen, dass Spaß haben keine Grenzen kennt. Hör ich richtig, dass sie ein Rendezvous mit mir verabreden wollen? Bist du traub? Ich hör das bis hier. Das schreit nach Champagner. Golden Girls, morgen 22.55 Uhr. Golden Girls, morgen 22.55 Uhr.